Herzlich Willkommen zu einer neuen folge super jump wir spielen heute mit ein hunter hey leute und kurz bevor wir spielen möchte ja noch kurz sagen dass ich kann pop schutz habe das liegt daran dass ich ihn geschrottet habe wie das passiert das ist jetzt relativ egal auf jeden fall muss ich mir neu zu legen deswegen fasse ich irgendwann mal irgendwelche p oder so laute oder anderwärtige laute machen die eigentlich mit dem pop schutz gedingst werden gefiltert ganz genau wo ich kann nicht mehr reden dann tut es mir leid auf jeden fall geht es heute nach dem intro kann relativ schwer werden denke ich mir junge ich höre es nicht hast du diese nippel springen das ist unglaublich ich kann das einfach nicht nippel springen nein oh ja nein verdammte scheiße nein ich sehe schon kommen wenn es wie damals bei der ersten map und der erste map war auch schwul wir verkacken ist einfach hart ja man ja guck mal wo ich bin schau mal rechts rüber ey das darfst du nicht okay der sprung wird schwul es darf doch nicht wahr sein verdammte scheiße das ist ganz ungefähr so gewesen als wäre ich irgendwie so ein gummiball oder sowas würde ich weiter bouncen ohne spaß mann was ist das für eine scheiße ach leck mich doch ich sehe schon kommen dafür brauchen wir zehn stunden ey ja ich kacke voll ab nein ohne spaß ich suche mir die behinderten maps aus oh ne oh ne man nein du musst es einstellen ohne witz alter ficken ich hoffe es geht aber nicht weit oder es gibt da irgendwo ein checkpoint oder sowas sonst ist das ja unmöglich hä ich hab doch schleichen gemacht aber irgendwie macht er das nicht ich ich wo bist du dein kürbissen das gibt es nicht ne komm schon komm schon ja du hurensohn alter hui ja man okay warte kurz äh oh das ist das syndicate game das wollte ich gar nicht ah shit wo geh ich denn hin äh gehen wir in die achte ich glaub ich ahne was ich bin da ähm danach super chump ähm was nehm ich denn ich nehm mal nether gucken wir mal wie die map ist oh oh weißt du woran mich dir erinnert die map und drawing escape ganz genau ey ja alter vielleicht ist das dir ich seh nichts ah ok 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 wo bist du gerade ist aber relativ eigentlich einfach ja wir sind schon nein bist du auch verbrannt nein das nicht ich bin runtergefallen nyoong wo bist du ich bin jetzt gerade die leiter äh ich geh gerade die leiter ich auch ok nein ich bin runtergefallen einfach fick die scheiße geht doch da hoch aua ha 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 was was muss man da machen ok ok ich glaube ich hab's nicht geschafft ja man haha yeah ah ich war ganz nah hinter dir alter echt ja wär's runtergefallen dann hätte ich die runde auf jeden fall nice ok gut ähm noch eine ja klar bist du da bist du äh super chump ich mach äh streamline apropos streamen würde ich auch mal ganz gerne wieder machen ich auch ich würde so gerne wieder einen live stream starten ja da muss hin wo auf den nippel noo wo siehst du einen nippel hallo lol lol warum bin ich jetzt bei dir ha läuft alter komm schon wo müssen wir hin wo müssen wir hin den nippel da entlang ach so oh ne man läuft die map ist kacke ach fuck diesen nippel da kriege ich nicht hin ok ganz ruhig matthias meine güte alter das gibt es nicht ne das gibt es einfach nicht das ist schon wieder richtig abfacken der scheiß oh hua haha ok als aber scheiße ok nein ich die map ist ja richtig kacke ne ohne witz man was ist das für ne scheiße überall diese nippel boah was ist das bitte für ne scheiße warum kann man nicht davon die blöcke einbauen nein du hast den nippel gesagt oh god haha alter oh god ist das schlecht oh hua lass die map mal verlassen ne ich will es jetzt noch kurz probieren wenn es nicht geht dann machen wir halt ne andere ich schaff schon den ersten nicht alter so schlecht bin ich ok warte kurz ok warte warte wenn ich jetzt noch einmal runter fliege dann verlassen wir die map ok ey sicher dass wir da hoch müssen ok ja ich bin rausgegangen ah da bist du warte warte bleib stehen äh machen wir die da nein 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 nicht annehmen nicht annehmen lehnen ab lehnen ab hin ab jo warte ok superchump ähm 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 machen wir das da ja hast du gemacht hast du gemacht machen wir lift off was ist das denn für ne map irgendwer erinnert mich an die äh diese map an assassin's craft oder wie das heißt hier das ist der halt Alter Was ist denn da? Nein, nein, nein Nein Ich falle runter, ich falle sowas von runter, ich hasse ich bin jetzt, ne? Und ich falle Und ich falle Oh War klar Komm schon Boah Alter Nein Wo bist du? Ich bin irgendwo Ist immer noch nicht gefallen Nein Ich weiß nicht mal ob ich richtig bin Das kann ich auch nicht sagen War ich da richtig? Ich glaube schon, ja Ja Ich will immer die Map ohne Stop zu machen Wirklich einfach durchjumpen Das versuche ich gerade Ich 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 Auch Ich hab gedacht, da muss man wieder von vorne anfangen Alter, das wär ärgerlich gewesen Ach Da begibt man nicht von ganz vorne Sondern halt nur Von diesen einen Teil da Aber Aber Das ist der Klarscheiben einfach nur Die sind richtig abfacken Au Au Das geht sich so nicht aus Ich krieg gleich eine Krise Ohne Witz Alter Spring doch auf den Scheiß drauf Mann Geht doch Au Au Huah Ey Schafft eigentlich mal diese Scheiß Map Kann Bock mehr Ich glaube ich kann es sogar schaffen Ja dann mach hin Nein oder Oh lol Am besten geht ihr auf den Am besten geht ihr auf den Kanal von Playzockt Und guckt euch das da an Da muss man hin Was Hä Irgendwie weiter Läuft Alter Glaubst Was Jo Ey das kann nicht sein Ich will eine Map mal schaffen Nein 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 Hänge ich schon wieder fest Alter das ist echt schwer Ich fahr auf der Scheiß Seite oben Das ist Ich glaube ich schaff sie wenn du auf der Leiter bist dann hast du sie geschafft Da hab ich Da hab ich Meine Güte Mann Ich schaff es einfach nicht Du kannst vergessen Ich krieg es einfach nicht gebacken Ich krieg es nicht gebacken Au Huah Okay 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 Jetzt schaff es Man sollte noch nicht nervös werden dabei Ohne Witz wie soll man den Scheiß denn schaffen Mann Ist doch kacke Komm Drauf 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 Nein Ey Digga Ja Jetzt mach doch mal die Runde fertig Ja Warte kurz Beeil dich Beeil dich Vielleicht Wie man sehen kann bin ich einfach Grauenhaft Ich bin echt Einfach nur Wow Grauenhaft Das mag ich doch kein Spiel ein Gibt es gar nicht Ja ich bin auf der Leiter Irgendwärts hin Und hast es geschafft Was ist das danach für ein Abfacksprung Was zur Hölle Nein oder Alter ich bin 31 Mal Gefallen Und du noch keinmal 33 Mal Schaffen wir die 100 Abonnenten Ne Runterfallen Ich probier es grad Ob wir noch die 100 schaffen Bevor du es gewonnen hast Okay Okay das ist eine Challenge Das ist eine Challenge Scheiße Und Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck gerade Weißt du mich gerade zittern Meine Hände Alter Nein ich bin runtergefahren Dein Ernst Okay Aber warum kriegst du keinen Punkteabzug Weil ich der King bin Ich bin Ich bin Wie gesagt besser an einem Art Checkpoint Geil Ja ich Also wenn wir die Hullock geschafft haben Und du es nicht geschafft hast Dann hab ich gewonnen Okay? Fick dich! Ohne Spaß man! Ne dann hab ich gewonnen Und die Aufnahme ist zu Ende Ohne Spaß man! Ohne Spaß man! Mach hinne! Rastlicher viel Zeit Ist nicht mehr 70 Wo bleibst du? Ficken alter Ich bin gleich bei 88 Bin ich Oh Gott Ja okay gut Du hast gewonnen Ja du bist eh gleich bei 100 Nein 99 Ich geb dir noch ein bisschen Zeit Und ich hab gewonnen Bist du ein Wichser Okay warte kurz Ich mach jetzt noch einmal den Run Bis ich einmal runterfall Ich bin runtergefallen Okay gut Dann bedanke ich mich an der Stelle für das U-Ton-Haupt Dass es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Und ich hab gewonnen Ciao Du hast gar nicht gewonnen Du hast eine Runde von denen gewonnen Doppeltime Halt die Fresse Tschüss 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 Tschüss